What's poppin ihr Mäuse? Herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, ich drehe jetzt mal ein relativ kurzes Storytime. Ich habe eben auf Instagram schon angeteasert, dass es fast einen Autounfall gab. Wie das alles passiert, das werde ich euch jetzt in Ruhe erklären, denn eigentlich sollte gestern ein Video kommen. Ich habe aber vorgestern Abend vergessen das Video zu schneiden, weil ich einfach eingeschlafen bin. Ich war super müde und gestern bzw. heute, also für mich ist jetzt heute und für euch ist das Video dann gestern der Tag, wo das alles passiert ist. Was mir heute passiert ist, ich kann es immer noch nicht in Worte fassen und ich realisiere auch noch nicht so ganz. Das wäre ich alleine gewesen. Ich weiß, ob ich das Ganze überlebt hätte. Ich bin einfach sprachlos. Also heute der Tag war so, ich wollte zu Dr. Kadra fahren. Heute wurden meine Fäden nämlich gezogen hier am Kinn und das habe ich übrigens an wegen der Fettabsaugung. Dazu kommt aber noch ein gesondertes Video. Ich musste das jetzt nur anziehen, weil ich den ganzen Tag unterwegs war und das abends tragen noch muss. Beziehungsweise abends noch tragen muss für noch weitere zwei Wochen. Und ja, da wollte ich heute hinfahren und eine Freundin von mir wollte mitkommen. Eigentlich fahre ich sogar immer alleine zu meinem Dr. Kadra Termin, aber wir hatten uns jetzt vor zwei Tagen wieder gesehen, da vor eine Ewigkeit nicht gesehen und dann dachte sie, wollte sie mitkommen. Wäre das cool, weil auf der Autofahrt, kennt ihr, wenn man sowieso ein bisschen was länger bzw. einen weiteren Fahrtweg hat, ist es eigentlich voll cool, eine Freundin dabei zu haben, mit der man quatschen kann und über Gott um die Welt redet, ihr wisst schon. Ja, auf jeden Fall bin ich dann losgefahren. Es war auch noch alles in Ordnung. Ich habe sie abgeholt, wir sind noch tanken gefahren. Ich habe einen relativ schnellen, zügigen Anfahr-Fahrstil, fahre aber immer angemessen. Allerdings auf der Autobahn, wenn unbegrenzt ist, gebe ich auch gerne mal Gas. Und mit Gas meine ich, ich fahre sehr schnell auf der linken Spur. Ich sage das dazu, weil ich bin nicht alleine gefahren. Gott sei Dank. Ja, ich habe sie dann abgeholt, wir sind tanken gefahren. Wir fahren gerade auf die Autobahn. Alles war in Ordnung und ich schwöre euch, wäre ich alleine gewesen, ich hätte direkt links auf die Spur gezogen. Daher, dass wir uns aber ganz entspannt am Unterhalten waren, bin ich entspannt. Dank Gott, wirklich dank Gott, 100 gefahren. Auf der rechten Spur, ganz rechts, Gott sei Dank. Ich war nicht in der Mitte, nicht links, Gott sei Dank. Und aus dem Nichts fliegt meine Motorhaube auf. Einfach meine Motorhaube fliegt auf mit einer Wucht, dass es nicht gegen die Scheibe gekommen ist, war alles. Die erste Frage von meinem Mann war, der so wie die Scheibe ist ganz. Der hat das gar nicht verstanden. Meine Freundin neben mir, komplett unter Schock. Wir wissen beide nicht mehr, was wir gesagt haben. Ich weiß nur, dass ich in dem Moment geschaltet habe. Ich habe unter dem Spalt unter der Motorhaube noch ein bisschen was gesehen. Meine Motorhaube ist weiß. Das heißt, ich habe gar nichts mehr gesehen. Meine Scheibe ist riesig. Genauso riesig ist meine Motorhaube. Und ich habe nur mit den Seitenspiegeln geguckt, dass ich irgendwie rechts rüber komme. Ich bin ganz entspannt in dem Phase, wie ich davor gefahren bin, in dem Moment weitergefahren. Habe ganz langsam abgebremst, rechts geblinkt und bin auf den Seitenstreifen gefahren. Und wir sind erst mal stehen geblieben. Haben uns erst mal kurz zwei Minuten gesammelt. Wir kamen beide einfach auf unser Leben nicht klar, weil wir gar nicht realisiert haben, was gerade passiert ist. Ich, die nicht mal weiß, wie man eine Motorhaube öffnet, hänge da mit einer komplett hochgeklappten Motorhaube. Die ist dann wieder runtergegangen durch meine Bremsung, weil ich langsam abgebremst habe, ist die durch den Schwung wieder runtergeklappt. Und wir beide gucken uns so an und wir so, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Ich so das Erste. Ich so meinen Mann anrufen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Meine erste Aussage ist immer meinen Mann anrufen. Egal in welcher Situation, weil der einfach die besten Tipps hat. Er so, keine Ahnung, versucht die zuzumachen. Und ich konnte nicht aussteigen, weil links neben mir die ganzen Spuren waren. Hätte ich meine Autotür aufgemacht, hätte es safe irgendein LKW, die mit abgerissen. Meine Freundin musste dann aussteigen. Ich bin da mit ausgestiegen, aber über ihre Seite. Und wir haben irgendwie versucht, die Motorhaube zuzumachen. Ging natürlich nicht mehr, weil die durch den Schwung, ey, keiner weiß, wie diese Motorhaube aus dem Nichts, aus dem Nichts einfach aufklappt. Mit voller Wucht, Leute, 100. Es war windig draußen. Ihr könnt euch diese Wucht nicht vorstellen. Ich habe dieses Gefühl immer noch, wie die aufgeklappt ist und ich so diesen Schwung zurück im Auto gespürt habe von diesem Druck, der auf, also von der Luft auf die Motorhaube kam. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe wirklich nichts mehr gesehen, außer so einen kleinen Spalt zwischen Motorhaube und Fenster, wo ich was sehen konnte. Das heißt, hätte ich meine Spiegeleinstellung nicht so, wie ich sie immer habe, wäre ich am Arsch gewesen. Plus wäre, wie gesagt, nicht meine Freundin neben mir gewesen, was mir in dem Moment gar nicht bewusst gewesen ist. Das ist mir erst durch Dr. Kadra bewusst geworden, denn ich bin dann rechts rangefahren. Wir haben die Motorhaube runtergeklappt. Ich hatte noch meine Mama angerufen, die habe ich leider nicht erreicht. Das Problem ist, ich habe ADAC, aber mein Dings heißt anders und ich hatte die Nummer nicht. Sonst hätten wir da angerufen. Und ich bin dann mit 20 kmh nach Hause gefahren. Bahnblinklicht, Seitenstreifen. Erstmal nach Hause gefahren, habe das Auto vor die Tür abgestellt. Wir haben die Motorhaube einfach... Wir haben das Auto auf jeden Fall dann unten bei mir vor die Tür abgestellt. Die Motorhaube ging gar nicht mehr zu. Die ganze Motorhaube ist komplett verbogen. Das heißt, da geht gar nichts mehr. Ja, ich bin mal gespannt, ob man das überhaupt noch repariert bekommt oder ob das Auto jetzt komplett am Arsch ist. Ich habe einfach bis zu dem Moment, wo ich Dr. Kadra dann angerufen habe und gesagt habe, ich weiß nicht, ob wir das... Also pünktlich hätten wir es logischerweise sowieso nicht mehr geschafft, weil ich mich 20 kmh von daraus nach Hause fahren musste. Und das waren erst mal zehn Kilometer. Und dann muss ich ja nach Dortmund allgemein eine Stunde fahren. Und habe erst mal gefragt, ob es okay ist, dass wir überhaupt noch kommen. Und er meinte dann gar keinen Stress. Und er so Gott sei Dank war Annika dabei, weil sonst, ja, weiß man halt nicht, ob ich es überlebt hätte und er hat recht. Das ist mir erst in dem Moment bewusst geworden, dass, wenn meine Freundin nicht dabei gewesen wäre und ich links gefahren wäre, die Motorhaube ist ja nicht direkt aufgesprungen. Ich bin ja schon, keine Ahnung, sagen wir einen Kilometer oder zwei Kilometer so gefahren. Und aus dem Nichts knallt das Ding volle Kanne mit voller Wucht nach oben. Ey, wir haben so ein Glück gehabt, dass die Scheibe nicht zersprungen ist. Weil, wenn das noch den Knall gegeben hätte, du musst dir vorstellen, wie der Knall allgemein schon war, dass das nach oben geklappt ist und dann dieser Luftdruck. Aber wäre das komplett gegen die Scheibe gesprungen, du weißt ja nicht, wie ich dann reagiert hätte. Also, ich habe richtig gut reagiert und meine Reaktion war, besser hätte es nicht sein können, weil sonst hätte keine Ahnung, was passieren können. Hätte ich Vollbremsung gemacht, wäre das auch in die Hose gegangen. Aber wenn ich auf der linken Spur gefahren wäre, alleine mit so 200, das wäre nicht so gut geendet, wie das heute geendet ist. Also, ich bin sehr dankbar, dass uns nichts passiert ist, außer der Schock. Ich kann das immer noch nicht glauben und ich kann das auch gar nicht realisieren. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf klarkommen soll. Ich habe auch in meiner Insta-Story eben gesagt, wenn ich so viel Glück hätte in meinem Leben oder so ein Sechser im Lotto hätte, wie ich mit solchen Situationen Sechser im Lotto habe. Also, das... Wow. Gefühlt eins von einer Million Menschen passiert sowas. Das ist crazy, meiner Meinung nach. Ich komme da gar nicht drauf klar. Ich wollte euch auf jeden Fall sagen, was heute abging. Und wollte euch sagen, bitte fahrt vorsichtig. Kontrolliert am besten alles vorher. Aber das Ding ist, ich bin am Auto vorbeigelaufen. Annika hat das Auto noch gesehen. Und uns wäre das doch aufgefallen, wenn irgendwas mit der Motorhaube gewesen wäre. Ich weiß nicht mal, wie man eine Motorhaube aufmacht. Ich weiß nicht mal, wie sowas sein kann, dass das aus dem Nichts einfach auffliegt mit voller Wucht. Das ist so krass, Leute. Also ohne Spaß. Ich wollte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Die kleinen Bautzi-Mautzis gerade bei mir. Und ja, das war auf jeden Fall heute mein Tag. An sich war der Tag wirklich wunderschön. Wir haben schön viel Zeit miteinander verbraucht. Wir waren auch vorher noch was essen. Und es war ein echt schöner Tag. Wir waren mit den Bautzis dann vorher auf... Wir haben hier so einen Park spazieren, auch richtig lange. Und es war so ein schöner Tag an sich. Aber ich bin einfach immer noch ein bisschen unter Schock. Und ich glaube, ich werde das auch nie richtig realisieren, was eigentlich hätte passieren können, wenn es nicht so passiert, wie es passiert wäre. Ich denke mir, alles im Leben kommt so, wie es kommen soll. Es sollte mir eine Lehre sein, dass ich vielleicht nicht direkt auf der Autobahn auf die linke Spur ziehe, sondern erst mal entspannter vielleicht ein bisschen fahre. Und ja, ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ich vielen damit ein bisschen die Augen öffnen konnte, dass ihr auch ein bisschen entspannter fahrt. Auch wenn ihr mal alleine fahrt, lieber ein bisschen entspannte Musik hört, anstatt über die Autobahn zu fliegen. Ich würde sagen, Mautzi und ich, wir verabschieden uns jetzt bei euch. Dankeschön fürs Zusehen. Mautzi ist richtig müde. Und ja, ich werde jetzt mit der Mautzi ein bisschen kuscheln, die Wautzi sind am Schlafen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.